Jetzt mach ich einen Film. Das ist das Film. Ich hab dich drauf gefangen. Du hast echt aufgeladen. Sorry. Oh fuck, Alter. Was machst du? Ich bin voll aufgeladen drauf gefangen. Ich wollte das mit meinen beiden vormachen. Ich will meine drei vormachen. Ich mochte mich nur noch schief, und du bin so... Das ist ja fucking geil. Wenn ich jetzt gleich sind, wenn ich nach München gegangen muss, wenn ich die Brücken öffnen, dann muss ich ja...